ja hallo meine freunde im rockyland heute möchte ich euch ein neues kurzes video vorstellen ein neuer artikel zu meiner rocky sammlung und zwar langer sehnte der anhänger von rocky 5 von slyshop nach zwei jahren endlich diesen jahr november ist es dann in slyshop erschienen der anhänger rocky 5 und das zitat aus rocky 5 wie mickey rocky den anhänger übergibt sein bachettenknopf von rocky marciano ja muss ich sagen endlich auch kein günstiges artikel muss man sagen mit dem zoll und versammeln wenn man das zurechnet war es noch okay kann man sagen ist die bearbeitung 14k gut gelungen muss ich sagen also das ist das geld auf jeden fall wert aber das schöne dass auf jeden fall ein selfie card mit dabei ist also kann ich nur empfehlen wenn es wieder in slyshop ist leider jetzt wieder ausverkauft nach kurzer zeit war es dann halt ausverkauft das war schon ziemlich krass das ist auf jeden fall schnell ausverkauft wurde aber es kommt ja wieder ist ja bald weihnachten und ja zu denen dann möchte ich meinen anderen anhänger vorstellen auch von rocky 5 finde ich persönlich viel besser als der von slyshop verpackung ist halt ziemlich klein und ziemlich ja würde ich sagen süß aber was ich mir sehr sehr gefällt an diese an diesem anhänger ist ich hoffe das kann man es gut erkennen ist in der gravur an den anhänger und da steht rocky 5 drauf man sieht dass es schon leicht benutzt ist habe ich mir auch von monaten aus england nach langer zeit auch einen kollegen aus facebook mir gegönnt und ja schutz enge soll er mich aufpassen weil es mal hier verletzt wird wie ihr im hintergrund auch hören könnt also hier ist der anhänger meiner beiden von rocky 5 ja ich hoffe das video hat euch gefallen ich könnte euch ein bisschen informationen mitgeben wenn ihr fragen habt gerne in kommentaren schreiben ich antworte schnellstmöglich innerhalb von 24 stunden und ja freut mich wenn das video euch gefallen hat daumen hoch und weiter kämpfen weiter kämpfen